Durchgangsfunktion D. Diese Funktion kommt sinnvollerweise innerhalb von Gebäuden zum Einsatz. Wie bei allen anderen Panikfunktionen ist im Normalzustand der Außendrücker im Leerlauf. Im Gegensatz zu den anderen Panikfunktionen kann der Außendrücker alleine schon durchs Flüchten aktiviert werden. Im vorgeschlossenen Zustand des Schlossriegels ist der Außendrücker im Leerlauf. Durch das Flüchten entriegeln Sie das Schloss und schalten somit automatisch den Außendrücker zu. Eine Begehung entgegengesetzter Fluchtrichtung ist nun möglich. Diese Panikfunktion ermöglicht es Ihnen, beispielsweise innerhalb von Gebäuden wieder in den Bereich zurückzukommen, aus dem Sie vorher herausgeflüchtet sind. Dies ist die einzige Panikfunktion, bei der das ohne einen schließberechtigten Schlüssel möglich ist. Das ist die nächste Panikfunktion, bei der das ohne einen schließberechtigt verwendet werden. Das ist die einzige Panikfunktion, bei der das ohne einen schließberechtigt hat.